Wie werde ich ein besserer Partner oder eine bessere Partnerin? Und die gute Nachricht ist, es ist viel einfacher, als Sie glauben. Denn es geht hier nicht um irgendwelche Skills oder neue Fähigkeiten, die Sie erwerben müssen oder irgendwelche speziellen Verhaltensweisen, die Sie noch nicht haben. Es ist, wie so oft im Leben, eher ein innerer Prozess, der dazu führt, dass man ein besserer Partner oder Partnerin wird. Und der erste Schritt dazu ist, sich bewusst zu machen, dass Sie es eben noch nicht sind. Denn wenn Sie bereits glauben, dass Sie der beste Partner sind, dann können Sie ja nichts mehr tun, um ein besserer zu werden. Wenn Sie aber glauben, dass da noch so ein bisschen Potenzial nach oben ist, dann eröffnen sich plötzlich ganz neue Möglichkeiten, um Dinge zu tun, die Sie zu einem besseren Partner machen könnten. Und dann können Sie das, was Sie sich nicht mehr tun können. Und dann können Sie ja nicht mehr tun, um Dinge zu machen, sondern können Sie ja nicht mehr tun, um das zu machen. Vielen Dank.